Das ist ein Hammer, oder? Schön! Ja, 326 PS, doch geht's schon. Ich glaube, 326 PS und 326 PS. Ja, guck mal, ich kann nicht. Wir können immer den Geschmack. Da geht's training fort. Ja, der Akku-Held ist locker, der ist noch mehr als halb voll. Wie viel hast du jetzt hier? Oh, 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 das ist auch schön. Wie viel hast du jetzt hier? Ja, wie viel hast du hier? Ja, das ist schon gut. Wobei, wobei, da kann ich ja hinwärts achten, aber ja, bloß so schlecht. Was? Was? Filmst du? Nee, du nur so. Mach ich ja nicht. Aber du bist noch halb voll und 54 Minuten kann er noch aufnehmen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich brauche ja nur zwei Zementsektoren. Das ist gut. Mensch, ich brauche nur zwei Zementsektoren. Ja, ja, klar. Ah, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin sehr glücklich. Warum schlafen die Pelonen? Nein, das waren nicht unsere. Das sind unsere. Das sind unsere Pelonen. Also steht nicht nur das hängt. Sonst da. Ich kann mal hinter reichen. Ja, der ist die größte Versur. Ein BMW. Ein Kaffee, oder? Ich wollte sagen, wenn man weiß nicht, wenn man das wird. Ja, Kaffee. Ja, Kaffee. Ja, Kaffee. Ja. Ja. Ja, Kaffee. Ja, Kaffee. Musik Ich habe keine Schwierigkeit, ich fühle mich nicht. Du fährst in der Trance und denkst du, was du zählst, dass du siehst. Aber das ist auch mal so. Das ist der Evo in Washington. Das war jetzt aber der letzte Strache, oder? Das war jetzt aber der letzte Strache, oder? Ja. Da ist es ja vorne. Das war's für heute.